Moin allerseits und willkommen zurück zu Randalls Monday und ich hoffe mal, dass ich heute nicht unbedingt allzu so lange hier in dieser Psychiatriepraxis verbringen werde, so wie beim letzten Mal. Und vor allen Dingen, was mache ich mit dieser komischen Visitenkarte, die ich gefunden habe? Ich muss ja immer noch irgendwas finden hier für Dingensbums. Wie hieß der Typ nochmal? Charlie? Ich glaube, der hieß Charlie, wenn ich mir nicht irre. Ich muss ja dem irgendwie noch irgendwas Wertvolles bringen. Ich weiß nur nicht halt was. Äh, kann ich zum Emerson hin? Oder hat Randall noch irgendwas bei sich rumfliegen, was er verticken könnte? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal, glaube ich, erstmal zu Randalls Wohnung, glaube ich, oder? Vielleicht habe ich ja Glück und da fliegt irgendwas rum. Oder halt auch nicht. Ich habe keinen Schimmer. Ähm, da. Naja, hier sieht es nicht unbedingt anders aus. Hier fliegt jetzt nicht wirklich was mehr rum, als was irgendwie zuvor auch schon hier rum lag. Glaube ich zumindest mal. Ich würde ja gerne das Ding da verkaufen, aber geht wahrscheinlich nicht. Äh. Kann ich dir irgendwas hiervon verkaufen? Nichts Nützliches. Supi. Was soll ich denn jetzt dann machen? Vor allen Dingen, warum ist die Tür da hinten zu? Mortem hat die Klinke mitgenommen. Die kriege ich nicht auf. Wieso? Willst du denn da rein? Äh, warte mal. Äh. Du hast gesagt, das wäre irgendwie eine hochwertige Visitenkarte. Ist die vielleicht zu pflegeweise aus Plastik oder sowas in der Art? Äh, rein theoretisch, wenn ich die Logik nehme. Wenn ich die Logik nehme, was? Wenn es logisch irgendwie vorangehen würde, dann würde ich mit dieser Karte theoretisch die Tür aufkriegen. Wobei dieses Spiel schon mehrfach bewiesen hat, dass es nicht unbedingt der Logik irgendwie nachgeht. Äh? Okay. Finden wir mal raus, ob Türen mit Kreditkarten aufmachen nur eine weitere Hollywood-Lüge ist. Uh. Bingo. Oh. Oh, dieser Bastard. Ich dachte immer, ich hätte das größere Zimmer. Ähm. Okay. Der hat ja ein paar nette Sachen hier rumfliegen. Und warum hat er dann an der Tür so viele Müllsäcke rumfliegen? Wieso ist das hier so eine Riesenbude? Und wieso sind da Boxen, eine Glotze und dann so ein blödes Teil davor? Das bringt doch nichts. Was haben wir denn hier so? Oh, wow. Kann ich eine Figur haben? Na, brauche ich nicht. Och, Menno. Was ist das denn da? Fluxkompensator. Kann ich das haben? Na klar. Würde ich machen, wenn der echt wäre. Weißt du das, dass der nicht echt ist? Der schließt nichts auf. Der ist nur Deko. Schade. Nein, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, wie Bücher. Mortys Literaturgeschmack interessiert mich nicht. Kann ich dann die Vitrine mitnehmen? Kriege ich nicht auf. Ich habe einen Dietrich. Wo ist der? Da. Ist zwar kaputt, aber egal. Geht nicht. Hells Sicherheitsschloss war das letzte Gefecht meines Dietrichs. Was haben wir denn da, die René? Haben wir da irgendwas nützliches? Sie kann ich nicht rumtragen. Du sollst ja nicht den ganzen Schrank mitnehmen. Sag mal. Ehrlich gesagt brauche ich sowas nicht. Ich glaube, ich werde hier gar nichts mitnehmen. Sentry Mode activated. Okay. Wüsten von Schurken. Hübsche Sammlung hat er da. Ja. Das Gabe. Mr. Schäfer? Tim Schäfer? Der? Bin mir nicht sicher. Scheiße. Die Alte kann einem ja Albträume bereiten. Ja, wenn ich denn wissen wüsste, was das für ein Bild... Portal. Das ist Dingensbums, der Typ. Und hier, GLaDOS quasi. Oder? Ja, doch, Müsste. Ich sehe einen Parasiten. Einen sexuell abartigen Schurken, der nur seine niedersten Instinkte zu befriedigen sucht. Und ich weiß nicht mal, wen du meins. Was sind das für Schubladen? Da rührt sich nichts. Ja, und wieso kann ich die dann aufmachen bzw. benutzen? Nur eine Schublade. Das ist mir auch schon klar. Mist. Ist abgeschlossen. Wie kann das abgeschlossen sein? Geht nicht. Ist abgeschlossen. Brauchst du mir nicht dreimal sagen. Da rührt sich nichts. Hey, okay. Die kriege ich wohl nicht ab. Wieso kriegst du die nicht ab? Habe ich irgendwas zum Abbrechen? Äh, Aufbrechen? Oder sowas in der Art? Ja, den Hammer. Kann ich auch bestimmt benutzen, oder? Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Ja, aber die Türen, ne? Die hat hingehauen. Mit deiner komischen Kreditkarte oder was weiß ich, was das war. Äh, was haben wir denn sonst noch so? Hä? Kann ich vielleicht hier Dingensbums, ähm... Nee, kann ich garantiert nicht. Mit dem Plutoniumstamm kann ich garantiert nichts hier aufkriegen. Oder das... Äh, was will ich überhaupt mit dem Ding machen gerade? Blödsinn. Danke, dass du diese Sache sagen musst. Hä? Die kann ich nicht rumtragen. Und warum guckst du das dann da an? Beziehungsweise kann ich das da angucken? Bücher, Bücher und noch mehr Bücher. Aber ich muss doch irgendwas hier machen. Kann ich einen Holzschalt haben? Diese verdammte Irre. Ich wette, das ist alles Teil seines exzentrischen Sicherheitssystems. Sicherheitssystem? Was tickt denn hier auf einmal? Okay, warte mal. Ist jetzt vielleicht eine Schublade offen? Oh, what the? Eins? Was? Hey, warte mal. Die Bücher sind... Warte mal, ist das eine Art Farbcode? Ist das eine Art Farbcode oder was? Ich muss wahrscheinlich das rote Buch als erstes dann reindrücken, denke ich mir mal. Dann mache ich mal grün. Als zweites und blau als drittes. Okay. Ist die mittlere Schublade offen? Yo. Ist es. Ist ein Farbcode. Wo kommt das gelbe Buch auf einmal her? Und jetzt der dritte offen, ne? Genau. Das Ding rein. Das Ding rein. Und das Ding rein. Na? Oh, das ist ja noch eins. Was habe ich damit gemacht? Ich habe irgendetwas bewirkt, aber ich weiß nicht was. Oh, da ist ein Schlüssel. Ist das für die Vitrine? Helfe nicht raus. Der Schlüssel. Kann ich die Vitrine aufmachen? Das ist einfach nur dumm. Willst du mich verarschen? Was? Das ist einfach nur dumm, den Schlüssel mit der Vitrine zu benutzen, um das Teil aufzubekommen. Bist du dämlich? Kauf dir einen Hammer. Jetzt gehörst du mir, mein Schatz. Ich glaube, ich habe mein wertvolles Teil gefunden. Ich frage mich, wie ich das eigentlich in meine Tasche reinbekommen habe. Aber einen Schrank kann ich nicht mitnehmen. Supi. Eine authentische Millennium Enterprise. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Keine Ahnung. Solange ich hier nicht plötzlich irgendwie auf einem Hamburger leben muss als Planeten, ist mir alles recht. Gut. Dann mal zurück zu Charlie, würde ich mal sagen. Und dem das Ding geben, würde ich mal sagen. Ja, würde ich mal sagen. Würde ich mal sagen. Huch. Was ist denn mit Mel kaputt? Schau mal, Mel. Ist mal die Sicherung kaputt. Nette Kohn, ne? Für dich vielleicht. Gut. Ah. Was zur Hölle ist los mit dir? Du siehst aus, als wenn du stirbst oder sowas. Oh. Ich halte das nicht mehr aus. Was denn? Was ist passiert, Alter? Oh. Der Hotdog-Verkäufer. Er hat versucht, mich zu vergiften. Echt? Ich hatte Hunger, okay. Und ich kann Schokolade nicht leiden. Also habe ich dem Typen ein Hotdog abgekauft und... Oh. Großer Gott. Und, äh, wie kann ich helfen? Leg den Wichser um. Sehr gern, aber ich glaube, das übersteigt meine Kompetenzen. Dann nützt du mir nichts, Kleiner. Du kannst nicht mal ne Person umnähten. Also mit einer Sache hat er recht, das übersteigt seine Kompetenzen. Denn selbst 1 plus 1 zusammenrechnet übersteigt seine Kompetenzen. Pff. Echt mal. Ich, äh, ich hab hier diese Miniatur, falls du interessiert bist. Ah. Ah. Ist das... Ist das die Millennium Enterprise? Bist du etwa noch blind geworden? Natürlich ist das eine Millennium Enterprise. Collectors Edition, wenn ich das hinzufügen darf. Ah. Ich geh hier noch drauf. Verstehe. Naja, also niemand sollte von dieser Welt gehen, ohne so eine zu besitzen. Ah. Pass auf. Ich bin ein großer Trackwalls-Fan. Schon seit ich ein Kind war und ich wollte immer so eine haben. Äh, aber... Aaaaaah. Aber? Aber jetzt gerade leide ich unaussprechliche Schmerzen. So kann ich keine Geschäfte machen. Ich brauche Hilfe. Okay, okay. Dann hol dir genau einen Krankenwagen. Soll ich dir einen Krankenwagen rufen? Nein. Ich mag keine Krankenwagen. Sind mir zu laut und haben keinen Stil. Dein Ernst? Du siehst aus, als wenn du gleich den Löffel abgibst. Du brauchst Hilfe. Was ich brauche ist ein scheiß Kaffee. Aaaaaah. Wozu denn Kaffee? Gott! Ist das nicht offensichtlich? Der Hotdog hätte mich fast umgebracht. Ich habe einen Knoten im Magen. Und das heißt, alles muss raus. Oh. Kapiert. Aber warum denn nicht einfach ein Abführmittel? Hast du welches? Naja, nein. Aber ich könnte sicher improvisieren. Ich brauche nur ein paar ausgewählte Zutaten. Gott, ich liebe das. Nein, nein, nein. Keine ausgeflippten Experimente. Aaaaaah. Ich brauche einfach nur einen verdammten Kaffee. Alles klar. Schon verstanden. Aber ich glaube, hier gibt es keine Kaffeemaschinen in der Nähe. Ich meine, hier sind reilig Nerds, die dringend auf die Fresse brauchen. Aber keine Kaffeemaschinen. Aaaaaah. Der blöde Wichser hat einen Becher. Welcher von den vielen? Der Hotdog-Typ. Aaaaaah. Na dann frag ihn doch einfach. Es schließe ich einen Notfall und so. Hab ich. Aber er... Wollt ihn mir nicht geben. Blöd gelaufen. Nicht nur, dass er mir diesen höllischen Hotdog verkauft hat. Nein, er will mir auch keinen... Gurt Kaffee geben. Okay, okay. Ich sehe, was ich tun kann. Aber ich verspreche nichts. Bin gleich wieder da. Such einen Security-Typen. Sag ihm, dass mich jemand vergeften will. Aber ich meine, bist du sicher? Was, wenn es nicht seine Schuld war? Mach schon. Na schön, aber nur fürs Protokoll. Das ist nicht der optimale Weg, einen Gefallen zu erbitten. Meine derzeitige Grobschlechtigkeit ist durch die reißenden Schmerzen durchaus entschuldbar. Und das ist auch der einzige Grund, wieso ich dir vergeben werde. Okay, lass mal den Tisch ganz. Ja, der soll noch morgen hier stehen. Gut, das war schon mein Gedanke irgendwie gewesen. Vielleicht sollte ich ihn irgendwie anschwärzen. Hier bei Dingensbummens. Hier, wie heißt der nochmal? Äh... 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 Hey, Murray. Wir haben hier einen Code Brown. Was? Jemand hat versucht, den Pfandleiher zu vergiften. Ist das wahr? Bei sowas Ernsten würde ich nie lügen. Verstehe. Aber ich darf meinen Posten nicht verlassen. Ich fürchte, da musst du dich an jemanden anders wenden. Na, das glaube ich ja jetzt nicht. Ich dachte immer, Sie wären jemand, der für das Wohl aller einsteht. Ich kann aber auch nicht einfach die Tür unbewacht lassen, Kleiner. Aber erzähl mir genau, was passiert ist. Mel sagt, es war der Hotdog-Typ. Was? Es gibt hier einen Hotdog-Verkäufer? Sie sind ja plötzlich ganz hin und weg. Äh... Der muss wohl früh hier angekommen sein. Hab ihn gar nicht reinkommen sehen. Ja, kann schon sein. Keine Ahnung. Schon seltsam. Ich rieche gar nichts. Und wenn es um Würstchen geht, bin ich wie ein Bluthund. Ja, okay. Hallo, Murray. Eigentlich haben wir gerade über einen sehr ernsten Fall von Vergiftung gesprochen. Ah, ja, natürlich. Dem werde ich auf den Grund gehen. Sobald ich meinen Posten hier verlassen kann, nehme ich die Ermittlungen auf. Das ist mein, Murray. Aber trödeln Sie nicht, der Arme meld platzt gleich. Geht klar. Echt jetzt? Sag mal... Komm, weißt du was? Ich reib dir hier den Hotdog unter die Nase. Ich will niemand vergiften. Jedenfalls nicht heute. Was? Warum? Worauf warten Sie, Mary? Ich sagte doch, wir haben einen Code Brown. Ganz ruhig, Kleiner. Gib mir eine Minute. Nur Geduld. Echt jetzt? Mel gibt Probleme. Okay. Mel ist verschwunden? Ich glaube, der ist gerade auf dem Klo, oder? Der fliegt gerade durch die Zeit. Hey! Wie läuft's, Kumpel? Nicht so gut. Sieht aus, als wenn die Nerds ihr Geld alle für Scheiße ausgeben. Geht also eher schleppend, ja? Hab erst einen Hotdog verkauft. An diesen einen Typen. Mel. Ja, ich weiß. Und der sagt, denn Essen ist der Grund, wieso er dabei ist, seine inneren Organe auszukotzen. Unmöglich. Ich verkaufe nur feinstes Fleisch. Garantiert. Hör mal, ich glaub dir. Aber irgendwas geht hier vor. Ach, der Typ windet sich vor Schmerzen. Und es ging ihm gut, bevor er was von dir gegessen hat. Wenn das eine Art Trick ist, um einen Gratis-Hotdog abzustauben. Netter Versuch. Aber keine Chance. Sag mal, würde ich einen Gratis-Hotdog haben wollen, wenn ich weiß, dass das Ding theoretisch mich umbringt? Ähm. Also nur wenn ich lebensmüde bin, dann ja. Könnte ich diesen Becher Kaffee da haben? Du auch noch? Pass auf, Kleiner. Das ist mein Kaffee. Und den brauch ich, um diesen Zirkus hier rauszuhalten. Aber Mel braucht den wirklich. Ja, ich weiß, dass dieser Mel den auch haben wollte. Der hat mich schon gefragt. Und das nicht gerade höflich, wenn du weißt, was ich meine. Aber versteh doch. Bei ihm muss alles raus. Und das sofort. Mir doch egal. War nicht mein Hotdog, der ihm das angetan hat. So viel ist mal sicher. Und ich geb meinen Kaffee keinem so groben Kerl. Das ist mein Kaffee. Alles klar? Klar. Wo steht denn der Name? Hä? Steht da irgendwo dein Name? Nein, also. Meinst du wirklich, dass es so eine gute Idee war, hierher zu kommen? Man hat mir gesagt, dass dieser Hotdog-Junkie hier wäre. Und der ist gut für mein Geschäft. Guter alter Murray. Ganz genau. Aber er hat Schicht am Eingang. Und da darf ich meinen Wagen nicht hinstellen. Also häng ich hier fest. Aber mal ehrlich. Ich hätte gedacht, bei so einer Veranstaltung gäbe es mehr verfressene Fettsäcke. Tja. Schon blöd, wenn keine fetten Leute da sind. Fettenwitze sind doch gleich viel lustiger, wenn jemand dabei ist, den es beleidigt. Ähm. Hm. Okay, Randall. Tja, dann. Bis später. Was? Willst du gar nichts kaufen? Nicht mal nach all dem Smalltalk. Hatte mit keinem Wort erwähnt, dass ich das will. Hm. Ha. Okay. Dann hau mal ab. Ja. Adios. Auf nimmerwiedersehen. Ist Mel da drin? Ja, Mel ist da drin. Wie geht's denn so? Mel? Bist du da drin? Ah. Ich hoffe, du bist der Tod. Und hier, um mich von meinem Leiden zu erlösen. Noch besser. Ich bin's. Randall. Wer? Der Kurier von Amazon Express. Wir haben vor ner Weile über deine Magenprobleme geredet. Ah, klar. Der Millennium Enterprise Typ. Ja. Das bin ich. Klasse. Hast du meinen Kaffee? Ähm. Naja. Nein. Dann hau wieder ab. Oh. Ich brauche absolute Konzentration. Und dafür muss ich allein sein. Ja. Ist gut. Wollte nur sagen, dass ich den Cops gesagt habe, was los ist. Oh Gott. Wenn du damit die Pussy am Eingang meinst, bin ich wohl gefickt. Na komm. Gib Mary ne Chance. Dass er so ein Depp ist, macht ihn so charismatisch. Oh. Egal Kleiner. Komm einfach nicht wieder, wenn du keinen Scheiß Kaffee dabei hast. Oh. Ich werd mein Bestes tun. Okay. Ich glaub bei den beiden kann ich wohl auch nix machen, oder? Wie soll ich denn jetzt einen Raider hinkriegen? Oh hey. Hast du plötzlich Pause? Sind sie geschäftlich oder zum Vergnügen hier? Was? Sind sie hier um den seltsamen Fall des vergifteten Würstjens zu untersuchen oder stoppen? Sie sich einfach nur voll. Das kränkt mich, Kleiner. Ich bin ein absoluter Profi. Ich habe nur etwas herumgeschnüffelt. Hm. Verstehe. Mhm. Mhm. Ja, ja. Schon klar. Worauf warten Sie dann noch? Verhaften Sie den Typen. Warum sollte ich das? Er macht die besten Hotdogs der Stark. Danke, Officer. Aber er wollte Mehl vergiften. Worauf passiert diese Anschuldigung? Es gibt keine Beweise. Und wenn es die gäbe, würde ich sie auch essen. Hahaha. Der war gut, Officer. Hehehehe. Danke. Klasse. Oh, du würdest diesen Beweis dann auffressen? Okay, warte mal. Kann ich hier raus? Ich habe genug von dieser Farce. Ich haue ab. Ja, mach was du willst. Genau. Mach, dass du wegkommst. Du verärgst meinen guten Freund Officer Murray. Habe ich nicht gesagt, Arschkriecher haben die Klappe zu halten? Genau. So, du willst also auch selbst die Beweise fressen. Okay, dann versuch mal diesen Beweis zu fressen, der irgendwie sämtliche Zeitlinien irgendwie überdauert und schon total vergammelt. Also, was sagen Sie denn zum Zustand dieses Hotdogs? Komm schon, Kleiner. Den hast du nicht von mir. Das kann ich ja bis hier hin riechen. Mit dir rede ich nicht. Was denken Sie, Officer Murray? Ich stimme dem guten Mann zu. Ich bezweifle sehr, dass der von hier ist. Ach, wirklich? Was ist denn mit dem Echtheitszertifikat? Was? Zeig mal her. Nochmal, mit dir rede ich nicht. Kapiert? Das... das ist hier Zertifikat, mein Freund. Unmöglich. Hä? Ah, ich weiß, was hier vorgeht. Ich wette, der kleine Drecksack hat vor ein paar Tagen was bei mir gekauft und will uns jetzt weismachen, dass mein Fleisch alt ist. Ha, 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 ha. Netter Versuch, Kleiner. Prüfen Sie doch das Datum, Murray. Niemals. Das... das... das ist von heute. Bazinga! Da hast du's Arschgesicht. Aber... Wer ist dein Daddy? Aber... Randal ist es. Wer ist dein Daddy? Das kann ich... Randal ist es! Ganz genau! Okay, okay. Langsamer gibt das ja alles einen Sinn. Aber das kann nicht sein. Ich bin sicher, dass ich diesem Trottel nichts verkauft habe. Tut mir leid, mein Freund. Aber das hier sieht ernst aus. Ich fürchte, Sie müssen mit mir aus Revier kommen. Das glaub ich ja nicht. Ich auch nicht. Das ist nicht fair. Ich habe nichts getan. Ja, ja. Erzähl's dem Richter. Was für ein Richter. Sie können mich doch dafür nicht verhaften. Kommen Sie schon, Officer. Wie wär's mit einem aufs Haus? Mit extra Chili. Das ist doch Ihre Lieblingssorte, oder? Bitte, Sie wissen, dass ich unschuldig bin. Murray, lassen Sie mich jetzt nicht im Stich. Ich, äh... Officer Murray, Sie wissen, dass ich unschuldig bin. Ha. Erzählen Sie das dem Richter. Was? Richtig so. Das ist mein Murray. Das ist noch nicht vorbei. Ich hole meinen Anwalt. Der wird meinen Namen reinwaschen. Sie können holen, wen auch immer Sie wollen. Vom Revier aus. Oh, das ist super. Ich werde gleich mal Mel die gute Nachricht überbringen. Anwalt rufen, der deinen Namen reinwaschen wird? Deinen Namen so reinwaschen wird, wie du dein Hemd reinwaschen wirst? Äh, ja. Kann ich den Kaffee haben? Äh, kleiner Finger weg von meinem Kaffee. Ach, komm schon. Ich wollte nur einen kleinen Schluck. Von meinem scheiß Kaffee? Du spielst wohl. Hau ab! Äh, okay. Hauen die gleich ab, wenn ich da hinten hingehe? Ich geh mal wieder zurück. Sind die weg? Ne, die sind immer noch hier. Okay, dann rede ich mal mit Mel. Hallo? Oh, ja? Ich wollte dich nur wissen lassen, dass du offiziell gerecht worden bist. Hast du den Hotdog-Bastard umgelegt? Noch besser. Ich hab ihn verhaften lassen. Und wie zur Hölle hilft mir das? Weiß nicht. Sei doch einfach glücklich darüber. Er war schuldig und wurde erwischt. Das System funktioniert. Der Typ hat verdammt noch mal gar nichts gemacht. Ach du, Chef. Was? Ich will damit sagen, es war nicht ein Hotdog, von dem mir schlecht wurde. Der war eigentlich echt lecker. Du verarschst mich jetzt, oder? Nein, Autsch. Mir ist schlecht, weil ich mir einen von diesen Mercury-Cola-Kuchen gemacht habe. Die machen immer schwerwiegende interne Probleme. Warum zum Geier hast du dann dem armen Hotdog-Mann die Schuld gegeben? Jeder weiß, dass seine Hotdogs die Bombe sind. Und dank dir werd ich jetzt keinen mehr probieren können. Ah, sorry, Kleiner. Aber Kaffee ist das einzige, das den Schmerz lindern kann. Und der Bastard wollte mir sein nicht geben. Ach, das war's auch schon. Ich würd's dir gern übel nehmen, aber... Um ehrlich zu sein, hab ich schlimmere Dinge getan, um heute hier zu sein. Schön für dich. Tut mir trotzdem leid. Aber ich brauch jetzt etwas Privatsphäre. Genug Geräte. Okay, viel Spaß noch. Gott, der verwandelt sich ja gleich in einen Dämonen oder sowas. Würde passen, wenn die beiden Typen da aus Dogma da sind. Ey, die beiden sind weg. Kann ich den Kaffee jetzt haben? Ich möchte den Kaffee haben. Mel braucht nen Kaffee. Ist ja komischerweise sein Heilmittel dagegen. Kaffee, 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 Kaffee. Hallo? Gib mir mein Inventar. Weißt du, das ist die Miniatur. Da ist ein Kaffee. Ein Latte Macchiato mit extra Saccharin. Hier, bitte. Ah, wirklich? Würde ich bei so ner Sache lügen? Woher soll ich das wissen? Ah, ich kenn dich doch kaum. Da, bitte. Oh, Gott sei Dank. Oh, man tut, was man kann. Ich verdanke dir mein Leben, Lana. Ich hatte schon ernsthaft über Selbstmord nachgedacht. Nein, bitte. Ich hab erstmal genug Selbstmorde gesehen. Mir gefällt, wie das klingt. Das liegt daran, dass du echt seltsam bist. Naja, kommen wir zum Geschäftlichen, ja? Dieses Modell ist wunderbar. Es leuchtet sogar. Ich biete immer Spitzenqualität an. Ich liebe es. Und es ist aus der Originalserie. Das ist unglaublich. Wie viel willst du dafür? Äh, ja, genau. Eine Million Dollar. Warum halt nicht, ne? Das ist wahrscheinlich sowas von unangebracht. Einmal alles, was du hast. In Bar, bitte. Genau. Was immer du angebracht hältst. Ja. Was immer du für angebracht hältst. Naja, wenn man bedenkt, dass du mir diesen Kaffee besorgt hast. Und dass das Modell in so gutem Zustand ist. Sollte dieses schöne dicke Bündelscheine genau richtig sein. Und ich nehme es mit Freude. Spitze. Schön mit dir Geschäfte zu machen, Kleiner. Ja, mir ist heute nicht so nach Handeln. Und naja, ich will auch nicht die geistig Minderbemittelten ausnutzen. Ah, das wäre ja auch. Moment. Was? Ach, äh, nichts. Mach einfach so weiter, Kumpel. Wir sehen uns. Ich weiß nicht, ob mir der Ton da gefallen hat. Aber wie auch immer. Sehen uns. Ja. Bis nächsten Montag dann, ne? Gut. Ich habe die Kohle, die ich brauche. Dann würde ich mal sagen, mache ich erstmal an dieser Stelle hier erstmal Ende. Und werde dann beim nächsten Mal mir den Ring besorgen. Hoffe ich zumindest mal. Wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass das nicht funktionieren wird. Hm. Naja, was soll's. Werden wir ja beim nächsten Mal herausfinden, ob das geht oder nicht. Aber bis dahin einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Boi.